Willkommen bei Finance Experience. Heute stellen wir euch ein neues Video von Robert Kiyosaki und Edward Siedel in deutscher Übersetzung vor. Edward Siedel ist ein ehemaliger Anwalt der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde für die Kontrolle des Wertpapierhandels und Amerikas führender Experte, wenn es darum geht die Plünderungen der Rentenkassen aufzudecken. Gemeinsam mit Robert Kiyosaki warnt er vor der zukünftigen Rentenkrise. Wenn euch dieses Thema interessiert, dann bleibt dran. Robert Kiyosaki sagt. Es gibt allein in den USA aktuell 50 Millionen Rentner und in den nächsten zehn Jahren werden weltweit zwei Milliarden Menschen in den Ruhestand gehen. Und das macht die Rentenkrise zu einem globalen Problem. Allein in den USA wird der Rentenausfall für leistungsorientierte Pläne auf 9 bis 17 Billionen US-Dollar geschätzt. Jeder muss sich also im Klaren darüber sein und für die Zukunft vorsorgen. Nichts zu tun, sich zurückzulehnen und sicher zu sein, dass der Rentenscheck per Post jedem Monat kommt, ist keine Option. Das ist ein Risiko, das sich keiner leisten kann. Wir müssen uns also jetzt mit diesem wichtigen Thema beschäftigen. Das größte Problem, das bald auf uns zukommt, wird also die Rentenkrise sein. Und diese Krise wird viel größer und allgegenwärtiger sein als irgendeine Krankheit oder ein Virus. Wir können uns selbst von vielen Krankheiten heilen. Aber diese Rentenkrise wird uns alle hart treffen. Und es ist ein globales Problem, genauso wie das Coronavirus aktuell ein globales Problem ist. Trotz staatlicher Rente oder privater Altersvorsorge werden unsere Finanzen durch Kräfte, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, ernsthaft gestört werden. Und das Ganze passiert unabhängig davon, ob man ein Babyboomer ist, kurz vor dem Ruhestand steht, oder ein junger Mensch ist, der noch am Anfang seines Lebens steht. Diese systemische Krise wird jeden betreffen. Und Edward Seidel sagt hierzu folgendes. In den kommenden Jahrzehnten werden weltweit hunderte Millionen ältere Menschen, darunter Amerikas Babyboomer, in die Armut abrutschen. Zu gebrechlich, um zu arbeiten, zu arm, um in Rente zu gehen. Genau dieses Szenario wird für viele ältere Menschen zur neuen Normalität werden. Wir befinden uns erst am Anfang der größten Rentenkrise in der Geschichte. Und diese Krise betrifft nicht nur die USA, sondern die ganze Welt, denn wir haben weltweit ungefähr zwei Milliarden Menschen, die bald über 65 Jahre alt sein werden. Die gute Nachricht ist, dass die Menschen länger als je zuvor leben. Die schlechte Nachricht ist allerdings, dass nur eine Minderheit dieser zwei Milliarden Menschen über ausreichende Ersparnisse verfügen, um Jahrzehnte im Ruhestand zu leben. Wie viele Menschen können sich 30 Jahre Ruhestand leisten? Und alle sogenannten Versprechungen, die ein Arbeitgeber oder die Regierungen gemacht hat, sind für uns wertlos. Wir können uns darauf nicht verlassen. Denn staatliche und lokale Renten unterliegen keinem umfassenden Bundesgesetz oder überhaupt irgendeinem umfassenden Gesetz. Die betriebliche Altersversorgung wird von dem Gesetz zur Sicherung des Ruhestandseinkommens von Arbeitnehmern geregelt. Dieses Gesetz stellt viele Anforderungen an die betriebliche Altersversorgung. Öffentliche Renten unterliegen diesem Gesetz aber nicht. Und was sie im ganzen Land finden ist, dass die Gremien dieser öffentlichen Renten aus Politikern, Schullehrern, Feuerwehrleuten, Polizisten und Sanitärarbeitern bestehen. Es gibt also niemanden in diesen Gremien, der Erfahrung im Umgang mit Renten hat, und es gibt kein Gesetz, das dies vorschreibt. Wenn sie also denken, dass die Person, die ihre Rente überwacht, weiß, was sie tut, dann ist das einfach nicht wahr. Sie müssen nur die Biografie in dieser Person nachschlagen, und das, was sie sehen werden, ist, dass sie in der Regel entweder gewählte Beamte oder Staatsangestellte sind. Zusätzlich haben wir jetzt das Coronavirus, das verheerende Auswirkungen auf die Wirtschaft hat und verheerende Auswirkungen auf die Renten haben wird. Und das obwohl die Renten bereits vor dieser Krise gefährdet waren. Die durchschnittliche staatliche und lokale Rente in den Vereinigten Staaten war nur zu 70 Prozent finanziert. Nach dem Ende des elfjährigen historischen Bullenmarktes und einem 30-prozentigen Rückgang auf dem Markt, sind die Renten nun noch schlechter finanziert. Also sind wir in einer viel schlimmeren Situation, als die meisten Menschen begriffen haben. Ein großes Problem, mit denen Pensionspläne heute konfrontiert sind, ist das falsche Management von Investitionen und die anschließende Plünderung von Pensionsfonds durch bestimmte Kräfte. Aufgrund des Niedrigzinsumfeldes und der gestiegenen Volatilität an den Aktienmärkten, wenden sich einige Pensionsfondsmanager an riskantere Hedgefonds. In einer Zeit, in der diese Fondsmanager zu konservativeren Anlagen übergehen sollten, um das Geld der Rentner besser zu schützen, gehen einige Fondsmanager tatsächlich ein höheres Risiko ein. Sie hoffen durch die niedrigen Zinsen verursachte schwache Performance ihrer Fonds so auszugleichen. Ein Beispiel für die Rentenkrise ist auch die Pilotengewerkschaft United Airlines. Die Pilotengewerkschaft United Airlines wurde 2006 als der größte Rentenausfall in der Geschichte dieses Landes bekannt. So übergab United Airlines alle Renten an die Bundesregierung und die Rentenleistungen wurden zu einem sehr niedrigen Satz gedeckelt. Das war für viele Menschen eine schreckliche Situation, die Piloten dachten natürlich, dass sie wegen ihrem guten Gehalt auch eine gute Rente bekommen. Ursprünglich hätten die Piloten etwa 120.000 Dollar Rente pro Jahr bekommen. Aber sobald die Regierung die Rente übernahm, wurden die Leistungen für alle auf etwa 40.000 Dollar pro Jahr reduziert. Ein anderes Beispiel ist Mark Green. Er ist seit 30 Jahren Lkw-Fahrer. Seine Rente sank von etwa 4.000 oder 5.000 Dollar im Monat auf 900 Dollar. Und so werden die Rentenleistungen drastisch gekürzt, wenn die Regierung die Kontrolle übernimmt. Die Hälfte aller staatlichen und lokalen Renten wurden seit 2008 gekürzt und auch weitere werden in Zukunft gekürzt werden. Die Regierungen plündern die Rentenkassen. Und das weltweit. Von Kroatien über Großbritannien und Australien bis Japan werden wir die Auswirkungen spüren. Die Bevölkerung von Japan besteht zu ungefähr 30 Prozent aus einer alternden Bevölkerung, die eine finanzielle Unterstützung benötigt. Doch wer soll das bezahlen? Ein weiteres Beispiel ist Rhode Island. Vor ungefähr sieben Jahren kandidierte eine wenig bekannte sogenannte Geldmanagerin für die Staatsschatzmeisterin. Und mit der Unterstützung vieler großer Wallstreet-Unternehmen wurde sie tatsächlich gewählt, um die staatliche Rente in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar zu leiten. Als erstes sagte sie den Leuten, dass sie die Leistungen kürzen müssen. Und so bezahlte sie den Arbeitern 3 Prozent weniger. Sie sagten das sei ein Sparplan zur Verbesserung der finanziellen Gesundheit der Rente. Was sie jedoch nicht sagte, dass sie der Wallstreet 4 Prozent für das riskanteste Glücksspiel zahlen würde, das der Staat jemals bei Hedgefonds und risikoreichen Private Equity-Fonds gespielt hatte. Und dies kostete letztendlich eine halbe Milliarde Dollar. Für kleine Staaten wie Rhode Island ist es verheerend, eine halbe Milliarde Dollar der 8 Milliarden Dollar Rente zu verlieren. Diese Frau, die praktisch keine Erfahrung mit Investitionen hatte, bekam die Kontrolle über diesen 8 Milliarden Dollar Pensionsfonds, der im Grunde die staatliche Wirtschaft kontrolliert. Und somit stehlen sie uns unsere Renten. Und was denkt ihr? Ist die Rente bei uns in Deutschland sicherer als in den USA? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience